Wo? Wir drehen die einfach nicht durch. Da, so dahinten. Ja, genau du. Wo ist es dir? Jawohl, genau in den Mund getroffen. Boah, der schwachste Pecken ist der nicht durchgegangen. Hier unten, die musst du nehmen, genau. Ja, ich läuft da jetzt mal rein. Ja, genau in den Mund getroffen. Die sind sich ja fast am Prügeln. Komm, ich werfe einen weiter weg. Guck mal, der Kleine, der da angeschwungen kommt. Der kriegt das. Da liegt eins. Wer kriegt das? Er hat's nicht. Er hat's. Da hinten liegt eins. Sieht das keiner? Ja. Ja.